Hallo, ich bin's wieder, der Zwirni. Macht euch bereit für die Stoffeblock-Gewinner des Monats Februar 2018. Auf Platz 3 hat es der coole Hoodie aus unserem French Terry-Stoff mit Dreieck-Design geschafft. Wir finden, er sieht richtig klasse aus. Wie laden neu. Der 25-Euro-Gutschein für Stoffe.U. ist mehr als verdient. Platz 2 und somit einen 50-Euro-Gutschein ergattern die zwei zuckersüßen Mädels mit abgespaceden Weltraumkostümen aus unserem Paillettenstoff Quattro, Tüll und Folienstoff. Alles in Silber. Das war bestimmt der Hit zu Fasching. Und Platz 1 und somit einen 100-Euro-Gutschein für unseren Shop geht an den Hingucker des Monats. Das Pfauenkostüm sieht einfach ultra gut aus. Unser Organza und die Marabu-Federn standen dafür Pate. Das war's schon wieder. Du hast mitgemacht und nicht gewonnen? Dann probiere es einfach im nächsten Monat nochmal. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zwirni Wunsch Wunsch Must